Ich hätte aber gesagt, schön stehen. Okay. Ich werde das auf. Alles klar. Dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg. Drücken die Daumen. Noch mal einen Riesenerfolg. Einen Riesenapplaus auf. Für den Sieger. Michael Waldhau. Wir schauen noch mal auf die Endzeit. Die wollen wir natürlich noch mal mitnehmen. Zwei Stunden, acht Minuten.